hey und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir auf meinem kanal ok und das ist ein video das heißt zehn arten vom youtuber diesmal nur zehn art ich könnte 30.000 fakten arten davon machen aber ich mache nur zehn arten auf alle fälle ja ich weiß wir haben uns lange nicht mehr gesehen alle die meinen kanal verloren haben also nicht mehr gucken hier ich bin da hallo ich bin so lange zeit nicht mehr da gewesen weil ich viel auf meinem let's play kanal gemacht habe also schaut mal vorbei sind richtig coole videos geworden und würde ich sagen ich schreibe dafür mal unten den namen unten in die infobox und wenn ihr den let's teach kanal so heißt er halt kanal sucht und dann müsst ihr auf filter gehen und dann auf kanäle und dann ist es da ganz oben weil sonst findet ihr das da müsst ihr drei jahre runter scrollen auf alle fälle heute geht es nicht darum sondern darum zehn fakten über welche art und da will ich sagen viel spaß mit dem video und ja auf jeden fall viel spaß mit dem video ciao hey bro Hallo, was geht? Heute habe ich ein neues Video. Ihr glaubt es nicht, aber ich habe ein neues Video. Oh mein, ich habe ein neues Video. Ja, und heute geht es darum, mein Video, Digga. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es darum, eine Scheiße zu bauen. Und sorry, weil ich so viele Hosen habe. Und ich würde sagen, da geht es auch direkt aus mit dem Video. Oh, ciao! Look at my shit. Look at my shit. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. When I tell you all about it. When I see you again. Wow. 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 Oh fuck. Die Kamera geht schon los. Hey. Wow. Hallo. Was geht ab zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es darum, euch 10 Arten von Behinderten zu zeigen. Ich gehöre nicht dazu. Nein. 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 Ja. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, dass die Kamera nicht so schief ist. Und dann würde ich auch ein richtig geiles Video. Oh Mann. Ich freue mich auch so drauf. Tschüss. Ungeheuer guten Tag wünsche ich heute, ungeheuer guten Tag wünsche ich heute, ungeheuer guten Tag wünsche ich heute und heute geht es zu neuen Vlogs von mir und heute fliegen wir nach China und in China gibt es diese, diese Dinger die man so, diese Baby Flames und ich kaufe mir heute eins und dann mache ich ein Battle gegen die Profis, dann guckt man ob ich es gewinne gegen die Profis. Hi, ich muss noch essen, warte, sie kommt gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Warte, kann ich nicht sagen, wir machen ein cooles Video. Sorry, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, deswegen muss ich in den Aufnahmen essen. Sei mir nicht böse drum, sonst ist es gleich wieder... 3 Hours later. Hallo und... Hallo und herzlich willkommen zu einem... Video von mir und... Ähm... Heute geht es um... Und... Ja genau... Und da würde ich sagen, geht es auch direkt um... Gitarrenmente từngst, weil... Die meet 너� probably als dieses... Alle made memorable, wenn die drones gesperrchenjer... Ich handicap wobei... Und... Und... Uuuuut... Buche... Ach... Hmm... Was... Och? Dasukan bei mir... Okay. ... Also ich komme zu einem neuen Video, weil nicht was ich machen soll, ist mir so langweilig, deswegen habe ich gedacht, ich nehme einmal mein Video ab und ich weiß einfach nicht was ich machen soll, deswegen weiß ich es nicht. So ist es nochmal von mir, nochmal ein schönen Dank, vielen Dank fürs Zuschauen, von mir ist es nochmal und ja, wie gesagt, ich war lange nicht mehr aktiv auf diesem Kanal, aber jetzt hoffe ich, dass ich wieder mehr aktiv bin, ich hätte auch schon theoretisch eine Idee für das nächste Video. Nämlich ein Prankly Prank Prank, aber mehr sag ich jetzt schon mal nicht. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video gehabt, vielen Dank fürs Zuschauen, würde mich über eine positive Bewertung freuen und ciao!